I'll get those good jobs Team Rot In der Lobby meine ich halt Anders abgab ich wollte dir was zeigen The fuck wie lange wir brauchen Okay Nicole Ja Du bist dumm Ah keine Rüstung weg Schnell Ich kümmer mich um den Wichtig jetzt Ah Leute Komm nicht wieder Bow Spam Dort Nice Du hast nämlich richtig viele Blöcke gekauft Wir machen den Weg frei 27 Kilometer Junge Ha Ich hab ein Goldtypotter geschossen Von den Grünen Kannst du noch ein bisschen Eis bedrinken? Ne, 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 ne Du hast gesagt so was lustiges Ja, das ist voll lustiges Ist aber doch nicht, dass du irgendwie den Gacht hast Als ob das nicht jeder machen würde HALF STOPP Jetzt reicht es Jetzt reicht es Reicht Stopp Sonst trägst du gar keinen auf die Schnauze Halt Oder ist es schon da? Leider ist er schon da, jetzt weiß ich nicht In etwa so wie in Star Trek Man stellt sich auf irgendein krasses Teleportationsgerät Und dann ist man plötzlich woher Das geht nicht Ja sicher Das Gerät wird den Körper vom Puhn komplett einscannen So wie ein Scanner ein Blatt Papier einschärft Hehehehe Ja ok, ich nehm's zurück Es gibt auch dumme Fragen Würdest du lieber ein Schwein Würdest du lieber ein Schwein oder eine Kuh adoptieren? Na ja auf der einen Seite die Kühe schon sind nicht zu cool Hau ab, Junge Ich war ein schöner Händner Wichser Ich war jetzt mal mit einer Kuh Hoi Ich hab den Typ getroffen was ist das scheiß hier mit dir? feiner H... Du bleibst wahrscheinlich nur du kleiner... Niko, da gab's einer sonst Ich bin gerade woanders, aber warte ich komm sofort Meinst du, schaffst du den? Ja, wir müssen auf den Einer fahren Leute, getroffen! Oh Gott, der kommt zwei von rechts, der kommt zwei von rechts Die können da immer sein, nicht hoch so Was ist für... Oh, der erste schon mal runter Hau ab, du Lutscher! Verschwinde! Runter von meinem Garten! Hau ab für mal Hau ab! Hau ab! Schau mal mich um den hier Hau ab! Streifensocken oder normal langweilige Eifern Alter, warum baut der so schnell? Oh, ich habe runtergefallen, nein! Ich habe doch kein Schwert, Alter! Ich muss ja wohl und sagen Und dann denkst du dir jedes Mal beim Socken sortieren... Was soll der Scheiß? Nein, das Eis wird nicht einleben! Wie soll er noch gemischt halten? Aber wer macht sowas denn? Ja, der tot! Nice! Ja, hast du doch das Wichtigste mit dem Avatar? Nein! Wer läuft, der kommt, der kommt, der kommt! Nein! Ich bin wieder! Ich bin wieder getroffen! Haha! Ja, das ist... Ich bin jetzt mit Bass und Drums, klingt das dann zusammen so Sauer. Wer trifft nicht! Wer trifft nicht! Ha! Und das ist Borgschmerz über Scheiße! Ich bin jetzt mit Lappen! Ha! Wir haben uns gedacht, wir haben zuerst diesen Part, dann kommen wir danach so ein bisschen runter... und dann am Schluss kommt dann wieder so ein bisschen mehr... Ness tot, aber... Aaaaah! ...wieder die Paddy-Stimmung rein! So, das ist der Plan! Jetzt brauchen wir aber auch noch Snippets von dir! Genau, was ich gerade sagen! Das heißt, wir gehen jetzt ins Internet! Ins Neuland! Soll uns doch jetzt, so ein Suessplan bringt ihn doch auch nichts, oder? Weißt du, du schaust das hier? Ich hab keine Blocke. Vielleicht, falls ich mich dörten lassen soll. Weiß ich, ja. Die sollen mich sehen, dann können die ein bisschen abgedeckt. Ja, du hast doch was die Wache. Wir haben die Blocke hier, wenn ich spaziere. Rein damit! Nee, ich bin lesbisch. Nee, ich bin lesbisch. Darf man das? Ist das politisch? Ja, wenn wir sagen, nee, ich bin lesbisch. Ich weiß nicht. Was? Ist bei uns? Okay, ich spring runter. Ich bin mega Hunger. Ach nee, ich bin lesbisch. Ja. Ja, mach dir auch inhaltlich Sinn. Und aufzureißen. Nimm mir die Rüstung. Oder hast du ihn runtergeschobst? Nein, ich denke jetzt ab. So, warum hat ein Blali den ImbH zuhause? Ey, Wunderwitz, ich hab das so heute bekommen. Ich denke, dass ich eigentlich das Handkopf freunde. Da geht wieder zurück. Ich habe einmal im Video Sound mit einem Kondom gemacht. Wir haben doch noch Bogen hier drin, Alter. Was? Warum hast du den Kondom? Ja, haben sie. Nein, runter, Alter. Geh den rechten Weg und ballern den Fuck. Der hat kein Anti-Knockback, glaube ich. Wo jetzt noch bist du nicht. Ich seh die nicht mehr. Ich glaub, die sind hinten drin. Na, die kommen kurz zu mir. Komm, die Pader. Naja, ich versuche es gerade so aufzuschießen, weil die werden halt bis zielen. Die wird scher. Mal sehen. Aber nein! Wirkeln ins Johanna nicht. Und ich weiß ja, gar nicht. Hier in der Mitte, bist du noch rechts? ij-warte, warte, warte. Oh, das ist schön! Oh, ich weiß. Oh, ihr überlebt das. Wo bist du gerade? Bei ihrem Spot. Bei dir? Schüsse, Wichser! Knappbunt! Nice. Oh, Schüsse, das kommt zusammen! Bringt euch nix, ihr Wichser! Schüsse, der Tod! Könnt nix, Alter! Oh, ja. Wir gehen!